Heute und willkommen zu einer weiteren Runde Trouble in Terroristown. Heute wieder mit dem Early-Boy-Schen-Quatsch, den Dalu-Card, Grenz, Anne, Gorobai, Nephi, Asuya, Good Gaming und Krabs 1, 83. Was zur Hölle ist das für ein Mann? 83 ist wichtig bei Krabs. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch wichtig, es sollen alle wissen, wie alle sind. Teen-Room! Teen-Room! Ach, das bist du direkt. Teen-Room! Dalu hatte heute schon Weihnachtsgefühl, deswegen Teen-Room. Teen-Room! Ey, Chris hat mir den Nate hier gedraut! Ich bin tot! Ernsthaft? Das war keine Nate, das war ein Disco. Ja, Disco ist auch eine Nate. Erli! Entschuldige, Dalu. Aua. Fall zu, fall zu wenig. Darf ich dich schubsen? Alter, das ist ne Disco lauft! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das hat Erli gemacht! Oh, da war die Disco. Du bist so ein Erli, ey. Komm, hier kommt die Disco, lauf! Ey, du bist so ein Erli, ey. Soll, der Ditte ist tot, der Ditte ist tot. Hallo! Ich spür schon die Dalu-Rain. Wir laufen da, wir laufen da, wir laufen da! Da unten liegt, läuft doch grad jemand! Wer ist da unten unterwegs gewesen? Hier ist keiner. Irgendwer ist hier unten die Straße runtergelaufen. Ach, die Straße? Ne, ich weiß nicht. Anne, Anne, bei dir in der Nähe ist irgendwo der Trader. Im Schrank ist der. Halt da unten drin! Nefias! 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 Der schießt auf mich! Das ist so ein Quatsch! Wo ist der denn? Ich hab gar nicht geschossen! Der ist, äh, unten, unterm Ding jetzt! Unter Bett ist der! Der hab ich saved, der hätte geschubsen können. Gott Gaming unter dir ist der! Jo, warte, pass auf. Ja, hier liegen auch zwei unter. Wo ist Gott Gaming? Da ist Gott Gaming. Wo ist der unter ihm? Unter, unter dem Bett ist der. Oh! Grant freut mich hier unter, Schubsi! Wollte ich auch! Ah! Grant ist es! Nein! Ab ihn! Oh! Boah! Da haben sie wieder nicht angekündigt, Leute! Wie denn auch da? Du hast wegen der Dings gestorben! Mein Gott, ist die Musik laut da! Danke! Gut Gaming, was machst du da? Vielleicht verstecken, damit dir keiner wiederbelebt. Moment, hast du jetzt Nefias getötet? Äh, nein. Dann ist Nefias es. Vielleicht ist er noch unterwegs. Ja, da ist Nefias es. Sicher? Ja, ich habe ihn leicht. Okay, wo ist er denn? Ist er wieder unter dem Bett? Bin ganz oben. Ich habe Early gerade erschossen. Oh, interessant. Nein, ich sehe dich. Das ist genug. Oh! Hart Scoping! Das war echt knapp jetzt. Komm her! Komm her! Komm her! Nein, nein, nein! Aua! Hart Scoping! Äh, warte! Hart Scoping! Komm her! Ja, warte! So! Was kommt jetzt? Ja, nixig! Sind wir eigentlich die Letzten? Nee! Aber wer redet denn da nicht? Welche Frau alle Sau? Oh! Oh! Ach ja! Ja, Anne ist confirmed. Wo bist du? Ach, da! Eins! Hier ist doch ein Trickshot! Oh, hä? Warte! Ist es denn wahr? Bleib doch mal stehen, ey! Wow! Warte, 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 warte! Hatte, willst du stehen für die Beine? Nein! Woo! Zehn Stunden spät! Einigen wir uns auch unentschieden! Kannst du hier aber... Oh! Ein Treffer! Oh mein Gott! Das ist so spannend! Wow! Da hat sich der blöde Pfosten gerettet! Oh, der macht gut gerne mal den Hack an! Oh ja, jetzt... Jetzt macht er an! Und... Nein! Das gibt's nicht! Das war... Nein! Weißt du, die ersten Headshots mach ich... No Scope! Und bei sowas verliere ich immer! Wieso nimmst du nicht auf oder irgendwie... Sorry, Dalu! Oh, Craps! Das war ja wohl so knapp, ne? Du hingst noch mit deinem Hacken drauf! So nach dem Motto, ey! Und Dalu fliegt! Ich seh nur Dalu fliegen! Und ich denk so, nein! Er ist doch ein Kumpel-Traitor! Ich mach vor allem die Einleitung mal tot! Ja, ich hab doch gewartet, Torche! Das war nett! Ja, du hast Plasma gebraucht vor der Runde noch! Oh! Grants! Das war nett! Nicht nett! Nicht nett! Ja, ich hab ihnen doch die Einleitung machen lassen! Ja! Ich finde... Also da muss man... Da will ich grenzt töten! Danke bitte! Danke bitte! Danke bitte! Danke bitte! Danke bitte! Aber ich versteh nicht, wieso du nicht weiter runtergegangen bist da... Ja, ist doch egal! Was sollte auf dem Schrank passieren, wenn ne Plasma kommt? Das war ja keine Plasma! Ja, ne Disco! Gibt's ja keinen anderen Ort als... Keine Angst, Leute! Ich bin Detective! Hallo! Oh Gott! Ich bin da geschossen! Wer hat gerade gesagt, wenn ihr hier drin ist, ist er die tot! Ich hab das gesagt! Nein! Aber du bist ja nicht gestorben! Willst du ein Siegel haben? Ich hab eine, ich hab eine! Okay, willst du mal eine, ich hab eine! Okay, willst du mal eine Deagle? Nein! Ich hab noch eine! Vorsicht, Zindenary! Grends! Lauf! Lauf! Gut Gaming läuft rein! Das war wirklich ne In-Zie! Ohhhh! Der rennt immer weiter rein! Ja, weil er grad gekauft hat. Oh, so ne Schmogen! Oh, bye! Weil die hier am kaufen bin. Disco! Von wo? Ich kann ihr doch vertrauen, oder? Ja! Ja! Okay, einer wird von early. Alle ist early zweite. Die gingen runter, hast noch mal Glück gehabt. Keine Disco werfen, ich fühle mich um. Was ist da los? Krampel, 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 krampel. Denkst du mir irgendwas? Ja, hier, warte. Oh, was denn? Oh, Plasma! Oh, ne Plasma! Da ist einer! Oh, ich bin fast runtergefallen. Wow, auf mich wurde auch ne Ding gesessen. Hört jetzt auf damit. Wie seid ihr die einzigen hier reden? Das war Dalu-Karren. Aha, auf mich wurde geschossen, von oben. Dalu, nicht von oben. Nils, von da drüben, Vorsicht. Ja, von wo? Warte, ich versteck mich hinter dem Monitor. Ey, guck mal, hier ist Dalu's Film, Batman Begins. Guck mal hier. Hallo, von da oben. Ja, das war ja auch kein Scherz. Ich weiß nicht von wo. Also, ich seh nicht von wo. Willkommen zu der Quachy. Nee, ich kann's ja nicht gewesen sein. Die Schüsse kamen ja weiterhin. Na, du kannst es ja trotzdem sein. Weißt du, wer es war? Ja, weil du so komisch da langgelaufen bist. Hallo, kann mich einer heilen? Nein. Ich mach jetzt Nils tot. Ich wurde oben angeschossen. In der Schublade. Lol. Hab keine Krabs, sorry. In der Schublade. In der Schublade oben. Man hat mich in der Schublade angeschossen. Ah, ne? Was machst du denn so? Krabs ist das? Krabs, Krabs frei zum Abschuss. Okay. Ey, Goro! Da ist jemand tot. Ja, ich hab Goro gekillt. Warum? Nein, das ist ein Dead Ringer. Da ist jemand tot. Was ist denn jetzt los hier? Was ist denn jetzt los hier? Was ist denn jetzt los hier? War Krabs jetzt frei zum Abschuss? Wird Krabs noch nicht tot? Nein! Krabs schießt auf mich und... Krabs ist frei zum Abschuss. Ich glaube, Krabs ist tot. Oh! Dalu! Dalu ist auch verdächtig, also vorsichtig. Er sagt halt nix, ne? Ne, der hat von der Disco aufs Dach geworfen. Okay. Damit muss ich ja eh nur sein. Krabs war auf alle für den Traitor. Ja, Krabs auf jeden Fall abknallen. Ich glaub nicht, dass Dalu ist. Wer ist tot? Krabs ist tot. Aber ich komm hier... Oh shit. Ne, passt schon. Oh, ich will raus. Danke. Hallo? Wer stirbt da? Achso, Goro ist tot. Und wer ist hier? Julia. Julia. Boah, wer ist denn hier alles im Tunnel verrenkt? Wer lebt denn überhaupt alles? Diese Stimme. Wer hat Krabs erschossen? Äh... Grants, oder? Oder Julia? Ja, Scheiß. Good Gaming ist da hinten. Warum hat das Kind eigentlich hier MSN noch auf seinem Mac? Weil die Map ewig alt ist. Könnte sein, dass Julia... Das sind Good Gaming und Early Boy. Early Boy? Ja, ich bin das definitiv. Kann ich Good Gaming erschießen? Krabs lebt wieder. Wieso? Ich hab doch nix gemacht. Moment, gut. Alter, kann es nicht Good Gaming sein. Good Gaming ist nämlich hier. Gut, er kann es sein, aber er hat auf jeden Fall die Krabs. Einer von euch beiden ist es auf jeden Fall. Early oder Good Gaming. Ich nicht. Ich glaube nicht, dass es Nefias ist. Kann ich Good Gaming erschießen? Nefias müssen die Krabs wieder beleben haben. Okay. Kann ich... Anne! Kann ich Good Gaming erschießen? Meiner bist du verdammt von nicht. Early oder Good Gaming ist es und Nefias. Ganz einfach. Ja, wir müssen... Good Gaming hat auf jeden Fall geschaffen. Good Gaming hat auf jeden Fall battlen. Good Gaming hat einen Daumen! Ne, der hat einen Gremling! Irgendwas! Ich verpiss mich! Hilfe! Hallo, helf mir! Ja, ja, geh weg. Moment. Besser hast du es, Anne. Vielen Dank. Warum ist Good Gaming? Ich hoffe, Dalo geht es noch gut. Wenn nicht, dann geht es ihm nicht gut. Hier ist Schlussfolgerung. Hier ist Schlussfolgerung. Ja, oder? Yeah. Da ist jemand mad. Ah, scheiße. Nein, 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 nein! Wird es doch ein Scheiß... Dingsbums Dings. Hier, call Detective. Mensch, das bin ja ich. Ich hab durch Zauber meine AWP wiedergefunden vorhin. Die lag unter dem LKW. Die hab ich dir dahin geworfen. Ah, danke. Das heißt, du bist Traitor? Ey, ich hab... Aber das haben aber leider keine Crates, finde. War da. Kann mal einer sagen? Ja, oben waren die gerade. Oben? Wo oben? Auf dem Videorekorder und so. Videorekorder? Beim Fernseher. Ah, ne Insi. Ich hab nen Disconnect. Scheiße. Sind immer noch da oben, Craps. Genau gegenüber. Ja, die werfen hier mit allen möglichen Sachen. Ah, werfen sie wieder mit Dreck... Oh Gott, ne Insi. Ups. Alter. Wird angeschossen. Ich weiß nicht von wo. Ist einer noch tot wieder? Craps du ein bisschen. Boah. Echts um. Sind alle tot? Ja, ja. Ah, ich hasse diesen Luftschaft. Boah. Sehr gut. Sehr gut, sehr schön. Boah, ehrlich ist aufreger als ich ihnen Headshot gegeben hab. War genial, ne? Das war das eigentlich gute in der Runde, ja. Ganz wichtig, ich hab Casma noch gefangen, auch von Bro, ja? Oh, Casma gefangen. Ich hab Casma gefangen. Die Leute sind aber der Fall, der soll ein Slip hat. Dallu war noch am Leben. Ich hab mich schon geblieben, warum hab ich nicht sagt, die ganze Zeit. Er wurde wiederbelebt, glaub ich, oder? Er wurde wiederbelebt, glaub ich, oder? Ich wurde dich wiederbelebt. Ich hab gefangen den Casma. Craps hättest du doch eh sehen können, wenn er tatsächlich... Ja, das wäre ja gut, Maki. Ja, stimmt. Ich hab sie gefangen und hab gestorben für den Anfang. Ich wurde da gesprungen hinterher. Ey, Dallu. Was denn? Kannst du mir später die The Skill Is Real Aufnahme geben? Ich hab das nie aufgenommen. Oh, du kannst doch auf YouTube gucken. Dallu kann ich auf YouTube gucken. Ja, Kranz ist es nicht. Anne? Nimos. Ich glaube, es ist Anne. Ich glaube auch. Ich glaube, es ist Anne, ja. Könnte sein. Goro, 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 goro. Ziemlich heftige... Du laufst hinter mir, zielst mir einer Waffe auf mich und sagst go. Anne ist es, oder? Jetzt richtig? Ja, gut. Ja, Ernie ist es. Eventuell. Hier ist Dallu. Oh, hinter dir, hinter dir! Schrei runter, Ernie! Nein, 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 nein! Ernie da auch mitgeschossen! Ich schieße dir, Ernie. Ich hab Nils getötet. Nein! Oh, der Brand! Ernie war's gut da! Nein, nein, nein! Ernie ist doch raus, Ernie! Nee, Fih! Krabs ist es auch, weil Krabs grad an Anne vorbeigelaufen ist. Dallu, Dallu, Dallu! Ich bin an Anne vorbeigelaufen. Ich hab grad Julia identifiziert. Nefi, bleib mal kurz. Ey, ey, hab ich hier bitte weggeholt. Julia ist hier nicht. Ah, warte, ich kann mich... Äh, Anna ist hier nicht, meine ich. Warte, Anna ist tot. Ja, aber auch die Leiche ist hier nicht bei mir in der Nähe. Danke, Gott. Dann solltest du erst gucken, wo ich bin. Da, 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 dann. Ja, dann hat er jetzt Verschwendung. Da, 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 da. Meinst du, dann hab ich auf Morobas Kopfschießen. Ich hab nicht Heilung getrunken, schade. Ach, okay. Ach schade. Achso, ja, do ich's hier bin. Oder jedenGU ч. Warte mal, ohhhh, überall verteilt alle, ey. Wer ist da? Da hinten ist einer. Aber überall verteilt ist doch eigentlich gut. Ja. Guck mal, runter bitte, Goroboi. Ich württe was zeigen. Was war jetzt mit Ernie? Ich vertraue Early, der macht nichts böse Ja Crabs ist zumindest an Anne sehr stark nah dran vorbeigelaufen Anne stand bis an der Kiste und Crabs ist dran vorbei Lieber muss gar keinen lieber Horchi jetzt down Madlow's Crabs Lebt Horchi noch? Horchi? Anne, Good Gaming, was auch? Okay, einer noch Ja Early dann, oder was, wenn Horchi tot ist? Halt, Gora ist es Gora ist es Wer ist es dann? Early, oder was? Den hab ich von Good Gaming Hallo, Horchi ist tot Jetzt Ansage Ja, check Läuft auch Ich töte jetzt Goro Ja, dann mach das, wenn du das unbedingt musst Schade, dass er sich nicht mehr Goro hat nen Enterhaken Ja, deswegen War's, Gora ein Grappling-Hook? Töne den doch Ja, schieß doch auf mich Hau mal vor, wo geht der rein Da kommt Ah, da hat er einen Grappling-Hook Nefia Aber der hat die Spider-Man gern Da hat jemand auf mich geschossen Das war ich, weil ich wollte dich ja töten Hehehe Hunde Scheiß Da schießt jemand auf Franks Ja, dieses Mal hat wirklich jemand geschossen Achso, dann würde ich nie den Grappling-Hook kaufen Das ist viel zu gefährlich Liebe dich Spider-Man Boah, Dalu ist es! Ich hab mich erschrocken, Mann Geh hinten! Ich komme Dalu? Also doch nicht Early Ne, Fias, jetzt sag doch mal was Ja, Dalu ist es Das ist ein Deadwinger Achso, das warst du! Lol Alter Habe ich, weil Hatte ja so ein Doppel-Leb Ich wusste ja, Old kann ein Killer sein Er ist mir so lieb Ich hab Dalu plötzlich gekillt Ich hab Dalu plötzlich gekillt Ich hab Dalu plötzlich gekillt Hahahaha Ich dachte, du hast sogar einen Headshot-Queps Ne, hab ich nicht Nils, das war dann aus Diesmal war es ein Versehen Deswegen war ich so verwirrt Alter, Leiche Das war ein Versehen Early, was denn nun? Ich hab ja gehört, wie gekauft hast du gehabt Ich weiß, ich sah das nicht Ich hab gehört, wie du gekauft hast Ja Das macht doch Geräusche, wenn du ausgerüstet wirst Echt? Achso Also, dieses Mal war es auf jeden Fall Ey Leute, das ist ja eine neue Version Da draußen, die Kinder baggen nicht mehr rum Aber die macht das mit dem Wow Wow Stopp schnell, Julia Stopp schnell Dalu hat sich glaube ich gerecht Mit der Disco, ne? Ich hatte kein Disco, so Und ich hab das Irgendwer hatte für mich gerade in der Disco Darunter gediscot Julia Ja, das war's ja, ist ja knapp Wieso knapp? Ich war froh Okay, komm Ah, nächst's wieder Aber es war noch Preparing Oh, Spider-Man Ja, bei mir war's noch so In dem Moment schlug's um Oh, Grand-Man Das war richtig Ich wollte die zurückwerfen Darf ich Goro bei töten? Ja Warum? Achso, nein Einer hat ja gesagt, was liebt ihr aber ich beschlossen Horschi Alter, Horschi, wa? Ja, ich beschöne den Taser, der da rumfliegt Horschi Horschi Er hat ja gesagt, der Nils glaube ich Oh, er schießt zurück Okay, wir sind quitt, wir sind quitt Wir sind quitt, wir sind quitt Wir schießen Er schießt zurück Er hat doch geschossen Ey, was ist da los? Wir sind quitt hab ich gesagt Er hat auf uns geschossen Wir gehen auseinander Wir gehen auseinander Wir gehen auseinander Ein Disco von dem Ding da Nein, 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 nein Ich hab nichts geworfen Gut Gaming Nils hat ne Gut Gaming Der Nils hat ne Gut Gaming Gut Gaming Bleib weg Kann mich einer heil Ey, Goro ist fast tot Haut ihn Ich auch Komm, schlag dich Komm, er kriegt dann mit der Glocke Oh 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 Was macht er? Ist der Geräusch? Oh Ey, Anne Hey Wuuu Oh, Goro geht ab Gar nicht, er hat Gut Gaming gekillt Er wollte mich gekillt Konfirm ihn wenigstens noch Der ist es Konfirm ihn wenigstens, er hat auf uns zu Goro ist Traitor Er war Traitor Der Hilly ist also ausgetickt Nein Early ist tot Grants, wenn ich's tue, dann verrätst du mich nicht, oder? Okay Nein, sowas ist ja lustig Wer ist das? Gut Gaming Okay Hallo? Hallo? Er piept da so Ich glaub Early Ich glaub Early Er hat da Early getretet, hab ich beobachtet Nein Der ist ja runtergefahren Wobei, er macht ne Verfolgungsjagd Bim, 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 bim Da ist noch Schublade Oh, nee Möchten Sie einen Early Boy kaufen? Da ist noch ein Späßchen hier Ja, ich brauch die Credits von ihm, bitte Ja, bitte Wollst du einer in der Schublade? Traitor? Ja Ja, ich hübs in der Schublade rum Ah, nur da Anne ist es! Da wurdet ihr beide abgeschleppt Ist doch schön Wo ist Anne? Bin das nicht Das hat er nur so gesagt Nein Hat nur so gesagt Aber da ist Anne Nein, die schießt Nein, die schießt Kratsch, es ist Kommt Ja, jetzt alle Minuten wird hier Den hat sie vorhin schon Anne war's Anne war's Anne ist Plasma nach mir Anne ist es wirklich So ein Quatsch Ich hab's doch genau gesehen Scheiß ist es wirklich Vielleicht sind's beide Aber tötet er ja beides Alter Laster, das ist unfair Wo ist Neuwarte denn? Wo ist Neuwarte denn? Die kleine Stinkmade Wieso kann ich Nephi erst sehen durch die Wand? Was ist da los? Hä, ist das ein Schlitz Oder ist das echt so? Kannst du guck mal nach oben Kannst du einen Schlitz Du kannst es da durchgucken, ja Oh! Ah! Wo? Oh! Oh! Alter was? Ah! Ich mag Schlitze Oh ne Tänke 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 Also Anne trisst mich jetzt auch nicht Irgendwie kommen wir ran Wenn du mir sagst wo du bist Dann Anne ist Traitor oder was? Ja Anne ist Traitor 100% Also na gut 98% Julia ist noch da Ja aber Julia ist lieb Julia ist immer lieb Ja Julia ist immer lieb Und Nephi ist auch lieb Ja geht so Aber sonst ja Anne ist mittelmäßig lieb nur Mindestens Maximal Oh hier ist Audio Ich finde euch ja noch nicht mal Von daher wäre es eh egal Und hier ist Coax Okay Hallo? Also leben wir noch Julia und Horchi Und Nephias Und das Nephias Und das Nephias Der hat die Cheezit Der hat die Cheezit Der hat die Cheezit Wo ist Anne? Achso Wieso wo ist er? Wo bin ich? Ich habe gerade einen Traitor gekillt Der liegt direkt vor mir Ja ist es Julia oder was? Gut gemacht Okay Julia war's Okay So eine Taube wollte einfach nicht fliegen Und dann bist du selber geflogen Und dann wolltest du fliegen oder? Ja das war ein Versuch I believe I can't go Craft hast du gesehen? Ich habe dir alle meine Credits überschrieben Ja habe ich gesehen Bevor du mich selbst umgebracht hast Das war so das letzte Vermächtnis Ich habe mich auf 15 Leben runter geschossen Was? Ich habe 20 Leben mehr geschossen Oder auf der ersten Schule 15 15 noch weniger Noch weniger 15 Und du hast dich auch wieder erwischt oder? Ja ja Ich habe schon wieder fluchen Was das Ding nicht trifft Ne ne hast du mich gekillt Aber ich habe dir ja glaube ich auch noch einen reingedrückt Ja hast du Ja 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 Ja